Die wollen, dass ich sofort nach Las Vegas fahre. Die wollen, dass ich sofort nach Las Vegas fahre. Als dein Anwalt rate ich dir ein schnelles Auto, ohne Verdeck zu mieten. Du brauchst einen Kassettenrekorder für spezielle Musik und ein Verschwinder aus L.A. für mindestens 48 Stunden. Nehmen wir den Jungen mit. Wir können hier nicht anhalten. Das ist Ledermausland. Steig ein. Ich bin sehr erinnert. Ich bin noch nie in einem Cabrio gefahren. Als dein Anwalt rate ich dir ein schnelles Auto, ohne Verdeck zu mieten. Du brauchst einen Kassettenrekorder für spezielle Musik und ein Verschwinder aus L.A. für mindestens 48 Stunden. Für mindestens 48 Stunden. In das Herz des amerikanischen Traums. Für mindestens 49 Stunden. Ode obviously have ich dir! Für mindestens 50 Stunden. Ich bin sehr anh veint. Wie sehr groupig ist! Ich bin sehr gut. Byour mir δ Поencketordnung, Musik Der Flughafen ist da drüben! Ich hab nach dem Flugzeug verpasst! Die wollen, dass ich sofort nach Las Vegas fahre! Es ist eine Anwalt, warte ich dir ein schnelles Auto ohne Verdeck zu gehen. Du brauchst einen Kassett-Recorder für spezielle Musik und einen Verschrinder aus L.A. für mindestens 8 Stunden. Musik 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 Wie lange habe ich? Als dein Anwalt rate ich dir, mit Rissgeschwindigkeit zu fahren. Es wäre ein Wunder, wenn wir da ankommen, bevor du dich in ein wildes Tier verwandelt hast. Danke fürs Mitnehmen! Ich bin echt nett, Jungs! In Ordnung, ich muss jetzt raus! Vielen Dank!